Herzlich willkommen zu einem neuen Tech-Tipp. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man Mastercam 2023 installiert. Als erstes gehe ich auf mastercam.com, melde mich hier an, gehe auf den Pfad Downloads auf Mastercam, gehe auf die Version 2023 und lade mir hier die Mastercam Excel herunter und das German Language Package. Ich habe mir einen Ordner angelegt, wo ich die Mastercam Installationsdatei und das Language Package abgelegt habe. Nun installieren wir die Version Mastercam 2023. Ich setze hier meinen Haken, meine Sprache wird im Dropdown-Menü aufgeführt. Hier kann ich jetzt meinen Ordner anwählen, wo ich es abgelegt habe. Sage ok. Jetzt kann ich meine Sprache Deutsch oder Englisch auswählen und sage weiter. Auch hier sage ich einfach nur weiter, akzeptieren. Mastercam wird installiert. Viel Spaß bei der Installation und bei der Nutzung von Mastercam 2023. Sollten Sie im Vorfeld bei der Installation von Mastercam 2023 vergessen haben, das deutsche Sprachpaket mit zu installieren, ist das auch kein Problem. Starten Sie die Installation neu, gehen auf den Punkt ändern, klicken hier auf meine Sprache, wird im Dropdown-Menü ausgeführt. Mein Pfad ist voreingestellt, wählen die Sprache Deutsch aus, sagen weiter und das deutsche Sprachpaket wird mit installiert. Das war's vom heutigen Tech-Tipp. Das war's vom Ausblick! Ich glaub ich clerk. Das war's vom Ausblick. Ich bin sicher, dass wir aus den Punkt, die er in unserem Spiel gibt, in unserem Zeitpunkt ist das Modigkeit von Mastercam 2023, Wohl nach dem, was ich teoretisch bis zum Ausblick! Was einfach in der Ausblick. Ich habe das Wort, was ich teigere, als ich schalte. Ich hatte das. Vielen Dank.